In der Oktober-Ausgabe der Wachstumsregion Westmecklenburg in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin standen nachhaltige Wirtschaftsmodelle im Fokus. Wir befassten uns im Detail mit Entsorgung, Recycling und erfolgreichen Geschäftsmodellen in diesen Bereichen. Wir haben im Hintergrund die Blockheizkraftwerke, wo wir das Methangas, das Deponiegas auffangen und hier weiterverwerten, damit Strom und Wärme erzeugen und gegenüber die Säckerwasseraufbreitungsanlage, wo wir das Säckerwasser aus der Deponie aufbereiten, sodass wir das umweltschonend dann entsorgen werden können. Mit Blick auf die Zukunft werden wesentlich mehr seltene Erden für erneuerbare Energien benötigt. In diesem Zusammenhang wird das Thema Recycling von elektronischen Geräten, insbesondere von Batterien, immer wichtiger. Den Herausforderungen einer nachhaltigen und ökologischen Abfallentsorgung stellt sich die Ehlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft in Selmsdorf seit vielen Jahren. Grundsätzlich ist es in der Entsorgungswirtschaft natürlich so, dass immer neue Abfallströme auf uns zukommen. Wir reden ja in der Regel über Verpackungen in der Öffentlichkeit, aber wir haben ja viel größere Abfallströme in Deutschland. Wenn ich an Bauabfälle denke, wenn ich an die Abfälle aus erneuerbaren Energien in der Zukunft denke, Photovoltaik, Windkraftanlagen und so weiter. Und da wird sicherlich der Deckel nicht erreicht sein. Das heißt, die Abfälle werden sich in ihrer Art verändern, aber letztendlich werden neue Aufgaben auf uns zukommen und die Abfälle werden auf jeden Fall nicht weniger werden. Das Abfallentsorgungsunternehmen Alba Nord hat Standorte in ganz Norddeutschland. Ihr Hauptsitz ist in Schwerin. Das Unternehmen setzt auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Seit fast 70 Jahren bietet Alba Nord ihren Kunden Lösungen in der Abfallentsorgung und Verwertung. Die Kreislaufwirtschaft ist insbesondere in Deutschland als rohstoffarmes Land heute wichtiger als jemals zuvor. Wir müssen die meisten unserer Rohstoffe importieren und deswegen glaube ich, wird es in den Unternehmen in Zukunft noch mehr darum gehen, wie kommen wir an diese Rohstoffe wieder ran. Also bis jetzt ist es ja oft ein One-Way-Ticket. Wir produzieren ein Produkt und geben das Produkt in einen Markt und dann ist das Produkt für immer möglicherweise verloren. In Zukunft wird es um Produktverantwortung gehen und noch mehr gehen als in der Vergangenheit. Das heißt, wie konstruiere, wie kreiere ich ein Produkt, um es auch möglicherweise wieder zurückzugewinnen oder die Rohstoffe zurückzugewinnen. Die VarioVac PS Systempack GmbH ist Spezialist auf dem Gebiet der Verpackungsmaschinen. Das Unternehmen beliefert Kunden auf der ganzen Welt. Sowohl herkömmliche als auch recycelbare Verpackungen können die Maschinen produzieren. Das große Ziel? Nachhaltige Alternativen und Lösungen, die einer Verpackung aus Plastik in nichts nachstehen. Laut Henry Forster ist der Verpackungsmüll jedoch nur ein Bruchteil des Abfalls in der Entsäugungswirtschaft. Das meiste ist Stahlschrott, Bauabfälle, Biomasse und so weiter. Und jetzt natürlich die neuen Abfallströme, die auf uns zukommen, alte Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen und so weiter. Und deswegen machen wir uns keine Sorgen, dass wir zu wenig Arbeit haben in Zukunft. Auch in Zukunft steht die Abfallentsäugungswirtschaft vor großen Herausforderungen. Wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen? Wir werden andere Produktionszyklen haben. Das heißt, nicht alle zwei Jahre ein neues Gerät. Viele Unternehmen, die Produkte herstellen, denken auch den gesamten Wirtschaftskreislauf mit weiter. Und das wird in Zukunft ganz andere Trends haben. Das Thema Bauen, nachhaltiges Bauen. Wie gehe ich eigentlich mit den Reststoffen um, wenn ein Gebäude abgebrochen wird? Ich kann nicht alle Abfälle recyceln. Es bleibt immer etwas übrig. Es muss immer eine Senke geben. Selbst in einer Müllverbrennungsanlage entstehen Schlacken und Aschen, die wieder irgendwo hin müssen. Und deswegen werden Deponien auch in Zukunft weiter betrieben in ganz Deutschland. Das ist einfach gar nicht anders möglich. Die Industrie- und Handelskammern in Deutschland haben eine Datenbank aufgebaut. Der EcoFinder gibt einen Überblick innerhalb der Region zur Abfallwirtschaft. Hier sind kompetente Anbieter von Produkten und Dienstleistungen bundesweit schnell und präzise abrufbar. Das war'm.